Gibt es sonst noch etwas? Vila schickt mich. Ich untersuche das Verschwinden der Wachen. Ah, sie hat dich angekündigt. Die Wache musste dich von oben bis unten und rüstet die Stirn. Ich hatte erwartet, dass sie ein ganzes Geschwader Justiziare schickt. Nicht, dass ich mich freiwillig melden würde, versteht sich. Ich lasse das Tor sofort öffnen, aber sei vorsichtig. Ich fürchte, wir können niemanden schicken, um dich zu retten, wenn etwas passiert. Hast du eine Ahnung, was mit den anderen Wachen geschehen sein könnte? Kein Schimmer und ich will es auch nicht herausfinden, wenn du verstehst. Die verschwundenen Wachen waren gewiss keine Deserteure. Das Schlimmste ist, beide Male, als die Wache verschwand, hat die nächste Schicht das Tor unverschlossen vorgefunden. Ich weiß nicht, ob sie hineingegangen sind oder etwas herausgelangt ist, aber wenn es Letzteres ist, sind die Flüchtlinge unsere geringsten Sorgen. Hast du etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen? Ich versuche, so wenig wie möglich zu sehen und zu hören. Eine der Frauen aus der letzten Schicht hat gesagt, sie hat jemanden aus dem nordöstlichen Teil des Bezirks rufen hören. Es klang wohl wie ein Befehl, aber ich weiß nicht, wie da drin jemand überleben sollte. Ein oder zweimal habe ich auf der anderen Seite des Tores Bewegungen wahrgenommen. Die Wache schaudert. Ich würde es lieber vergessen. Dann lebt wohl. Leveler für Kanne. Athletik und Wissen. Eine neue Phrase. Ein Dutzend standen der Macht des Heiligen gegenüber. Verängstig und verschreckt Verteidigung. Also plus 25 Verteidigung gegen verängstigt, plus 15 gegen verschreckt und minus 10 Sekunden verängstigt und minus 5 Sekunden verschreckt Dauer. Auf Reif und Frost Einheiten in Aura Fallstellen. Wenn sie sich auch bewegen, hinterlassen, verbindet eine gefährliche Eispure, was Feinde zum Humpeln bringt und ihnen Frostschaden zufügt. Der Fuchs des Bauern rannte und sprang. Verange ich die Genauigkeit von Absinnsangriffen vom Feinden im Wirkungsbereich. Feinde verängstigen. Wir finden das mit der Falle ganz nett. Marsch des Todes habe ich das genannt. Stimmt. Das könnte ich eigentlich da noch einfügen, hier den Fernkampfangriff. Jo. Machen wir mal kurz ein Quicksave. Tagebuch ein Tag wurde aktialisiert. Ah, das war vermisste Wachen. Die verschwundenen Wachen befinden sich irgendwo in Erbhügel. Der Torwächter berichtet mir, dass ein Wächter aus der letzten Schicht jemanden einen Befehl schreien hörte. Anscheinend aus nordöstlicher Richtung. Der Torwächter bemerkte, dass das Tor beidemal, als die Wächter verschwanden, entriegelt wurde. Möglicherweise gab es einen Grund dafür, dass die verschwundenen Wächter auf eigene Faust nach Erbhügel gegangen sind. Ja. Erbhügel. Äh. Wir sind schon mal aufgeflogen. Erbhügel. Erbhügel. Doch, Doents hat schon was wegstecken müssen jetzt wieder mal. Absolut. Schön und ruhig. Schau da! Und schlurft etwas. Aus dem Haus strömt ein widerlicher Geruch. Hm. Naja, okay, Erbhügel ist nicht so groß. Allgemein sind die Karten ja recht klein in diesem Spiel, außer es sind Dungeons. Wobei halt Cat Noir verdammt groß ist. Achso, da waren noch die Rastvorräte drin, stimmt. Erbhügelsfriedhof, mhm. Die Schatzkammern wurden bereits aufgebrochen. Das ist kein Problem. Da geht's. Ein Darklood. Ja, und ich höre die Schritte. Und auch hier wären wieder Grabsteine mit Inschriften. Ja? 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 Die Radarghule wären schlimmer. Ja? 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 Na? Ja? Regina. Atletigen und Überleben. Koordinierte Angriffe. Inspirierender Triumph. Nee, eingeschworener Feind ist gut. Diese Schatzkammer weist schraffierende Klauenspuren auf. Nee, nicht gut, wenn Alof da vorne ist. Okay, das sind... ...wieder ein paar Ghule. Ich kann auch ein bisschen weiter nach vorne vielleicht. Okay, Alof, du darfst... ...deine Flammenwand zaubern. Ich könnte die Gegner. Also ja, der Dark Ghule, der hält wirklich was raus. Scheint aber selber nicht viel austeilen zu können. Und was ist das Flamme? Ja, ich benötige einen passenden Schlüssel, um das zu öffnen. Okay. Die Entschrift ist... ...unter dem Familienwappen sind besagt... ...Walters. Auf einer kleinen Plakette im Umsockel steht Freiheit über alles. Atme, Fadret. Die Kruft ist offen. Oh, ne Mordaxt. Und Geld. Noch ein Dark Ghule. Okay. Weg in! Re! Hah! HAH! Sruck! Huh? Huh? T적ier! So, damit haben wir schon mal wenigstens den Priethof. Dieses Mausoleum wurde fest versiegelt, dafür ist hier offen. Oh, eine gute Pike. Und Goldzuhlen. Oh, Wiedergänger. Die gibt es ja auch noch. Ja gut, aber Wiedergänger waren so die schwächsten Zombies. Gut. Ich werde sehen, was ich finden kann. Blutmoos. Gut, jetzt sind wir wieder hier unten. Und es wird wenigstens langsam Tag. Der Wagen ist mit Kochgeschur, verdommenen Lebensmitteln und einst unschäftbar wertvollen Vasen gefüllt. Die nun aber angeschlagen und aufgeplatzt sind. Okay. Tag, Wiedergänger. Und jetzt haben wir eigentlich jetzt sieben. Oh, nochmal Rastvorräte. Von hier aus wirkt das Anwesen verlassen. Aber es ist wahrscheinlich nicht verlassen. Ich würde sagen, wir klären jetzt erst einmal die Oberwelt. Damit wir in Ruhe hier hin und her laufen können. Hier unten müsste der große Turm sein. Erbhügelsfriedhof, ja. Oh, Rieselschwamm. Etwas Geld. Nett. So, jetzt können wir ja nur noch zum Turm runter. Den Turm selber sollten wir aber wirklich als letztes machen. Ja, ich muss sagen, ich mag Erbhügel hauptsächlich wegen der Atmosphäre nicht. Man könnte jetzt eigentlich sagen, dass das Absicht ist, aber das hat eine richtige Silent Hill Atmosphäre.